Leute, Bitcoin ist komplett am explodieren, wie wir es erwartet haben, aber dies ist eines meiner wichtigsten Videos, die ich seit sehr langer Zeit gemacht habe. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ja, dieser Titel ist tatsächlich wahr, Leute. Und ich möchte, dass ihr dieses Video nun einmal aufmerksam schaut, damit ich euch ganz genau sagen kann, warum ich bereits angefangen habe, bei meinen Long-Positionen Profiten zu nehmen. Wie ihr sehen könnt, bei meinem Femex-Trade bereits über 65.000 Dollar an Profit rausgenommen, bei meinem Bybit-Trade bereits 115.000 Dollar an Profit heute rausgenommen. Warum mache ich das gerade? Darum geht es heute im Video. Ihr wollt das auf gar keinen Fall verpassen. Ich werde natürlich eine Chart-Analyse auf allen Timeframes, sowohl groß als auch klein machen. Und ich werde auf ein anderes Thema noch zu sprechen kommen, was in den nächsten zwei Tagen so relevant sein wird, wie niemals zuvor. Oder es wird nur die nächsten zwei Tage tatsächlich relevant sein. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt jetzt auf jeden Fall mal dran. Das ist ein absolutes Video, was jeder sehen sollte. Das heißt, bitte teilt dieses Video mit euren Freunden, abonniert den Kanal, aktiviert die kleine Glocke, macht mal richtig Lärm für den YouTube-Algorithmus. Lasst uns mal 2000 Likes hier auf diesem Video knacken und schreibt mir natürlich auch gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Video in die Kommentare. Bevor ich auf die Chart-Analyse zu sprechen komme, Leute, ich möchte hier wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges ansprechen. Ich sehe es überall in den News. Bitcoin ETF approved. Alle hypen dieses Thema hoch. Der Bitcoin-Preis explodiert. Natürlich auch charttechnisch. Wie ihr wisst, wir haben mit diesem Pump gerechnet in den letzten Tagen. Jedoch geht mir das Ganze gerade etwas zu schnell. Denn ich glaube, dieser Pump ist tatsächlich durch die Bitcoin ETFs gefuelt. Aber alle reden davon, dass diese Bitcoin ETFs bereits approved wurden. Aber das ist in Realität noch nicht wirklich der Fall. Die Nasdaq hat gesagt, dass sie die Bitcoin ETFs annehmen wird und auch listen wird, sobald die SEC das Approval gibt. Die SEC hat noch nicht das Approval gegeben, offiziell. Wir sehen das erst in den nächsten zwei Tagen. Das heißt, es gibt tatsächlich noch die Möglichkeit, dass diese ETFs rejected werden. Und wir sehen dieses massive Price Run-Up. Natürlich wegen vielen Faktoren in den Charts, aber weil auch überall gerade die Rede von diesem Bitcoin ETF ist, der jetzt erneut an den Start kommt. Aber dieser kann weiterhin immer noch rejected werden von der SEC. Und wenn das passiert am 18., dann sage ich euch, müssen wir uns auf ein Blutbad gefasst machen. Und aus diesem Grund habe ich angefangen, Profite von meinen Longs zu nehmen. Ich habe auch einige von meinen, in Anführungszeichen, Trade Bitcoin. Ihr wisst es, mein HODL-Portfolio, mein langfristiges HODL-Portfolio fasse ich nie an. Aber meine Trade Bitcoin, ich habe einige davon tatsächlich auch in USDT umgetauscht als einen kleinen Hedge. Denn wenn wir einfach weiter nach oben pumpen, der ETF approved wird, dann ist das kein Problem. Ich habe massive Long-Positionen mit über 4 Millionen Dollar Positionsgröße offen. Wenn wir weiter pumpen, dann werde ich sehr, sehr gute Profite machen in Bitcoin als auch in Dollar. Aber wenn der ETF rejected wird, möchte ich jetzt bereits Profite genommen haben und möchte auch einige meiner Bitcoin dann zu einem billigen Preis eben zurückkaufen. Das heißt, das möchte ich nur einfach mal zum Anfang dieses Videos gesagt haben. Das heißt, bitte teilt dieses Video mit euren Freunden. Lasst uns 2000 Likes knacken oder noch einen anderen Like rekorden. Macht mal richtig Lärm für den YouTube-Algorithmus. Weil jeder redet gerade darüber, dass der Bitcoin ETF schon bereits approved ist, was einfach offiziell von der SEC noch nicht der Fall ist. So oder so, Leute, würde ich jetzt aber sagen, wir reden gar nicht großartig drumherum, sondern springen jetzt direkt mal in die Charts. Auf dem One-Hourly-Timeframe hat sich natürlich immer noch nicht allzu viel verändert. Wir befinden uns mehr oder weniger immer noch in diesem Up-Trend-Kanal. Das Interessante ist, wir haben wirklich sogar einen Wig aus diesem Up-Trend-Kanal gesehen. Das heißt, so oder so, egal ob der Bitcoin ETF approved wird oder nicht, könnte ich mir vorstellen, dass wir einen Drop bis runter hier auf die untere Support-Linie dieses Trend-Kanals logischerweise sehen. Das heißt, ungefähr bei 60.000 Dollar und ganz klar auf den größeren Timeframes, die natürlich meiner Meinung nach die größeren Timeframes überwiegen, immer den kleineren Timeframes. Und aus diesem Grund muss man ganz klar sagen, müssen wir, wenn wir uns das hier mal auf dem Vor-Hourly-Timeframe anschauen, sehen wir, wir haben nur einen kleinen Wig nach oben rausgesehen. Das heißt, so oder so, denke ich, ist es nicht allzu unrealistisch, dass wir das 60.000 Dollar oder selbst das 59.000 Dollar Preislevel bei Bitcoin nochmal sehen. Das heißt, wie in jedem Video, was sind die zwei Preislevel, die ich aktuell im Auge behalte? Natürlich, das 59.000 Dollar Preislevel, das ist natürlich ganz, ganz klar. Ja, das ist ein Preislevel, wenn wir das nach unten hin durchbrechen mit einer 4-Stunden-Kerze, müssen wir einfach davon ausgehen, dass wir erneut die 55.500 Dollar antesten. Und wenn das dann nicht hält, müssen wir damit rechnen, dass wir natürlich auf dem Weekly-Timeframe bis runter auf das 50.000 Dollar Level droppen könnten. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Das Schöne ist, wir haben natürlich hier auf dem Daily-Timeframe diesen ansteigenden Widerstand, über den sind wir gerade gebrochen oder auf dem Bouncen wir. Der liegt auch ungefähr bei 61.000 Dollar. Das heißt natürlich, vor allen Dingen mit dem VPVR-Support haben wir aktuell große Mengen an Support unter uns und die Bären würden definitiv ordentlich, ordentlich abverkaufen müssen, um durch diesen Support wirklich durchzukommen. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, aber wie gesagt, wenn wir das Ganze mit dem ETF vielleicht jetzt doch nicht sehen, obwohl alle bereits damit rechnen und viele sogar denken, es ist bereits bestätigt, dann kann ich euch bereits sagen, es könnte definitiv passieren, dass wir einen massiven, eine wirklich massive Long-Liquidation-Candle sehen und auf diese möchte ich natürlich gefasst sein. Aus diesem Grund nehme ich jetzt bereits ein paar Profite und werde auch einige meiner Bitcoin, zumindest einige meiner Bitcoin, die ich für meinen aktiven Handel verwende, einige von denen werde ich tatsächlich auch in USDT umwandeln, um diese dann billiger zurückzukaufen. Das heißt, ich möchte euch ganz klar sagen, bis jetzt macht der Bitcoin-Kurs natürlich mal wieder alles genau, wie wir es erwarten, aber wir müssen einfach im Kopf behalten, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ich wollte euch einfach nur darauf vorbereiten, deshalb Leute, wie gesagt, werdet jetzt nicht zu greedy, lasst euch nicht zu sehr von Leuten hypen, die nicht wirklich aufpassen im Kryptomarkt und eigentlich überhaupt gar nicht realisiert haben, dass nur die Nasdaq bis jetzt die Bestätigung für diesen ETF gegeben hat und noch nicht die SEC. So oder so, Leute, würde es mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr dem Video jetzt hier mal einen fetten Daumen nach oben geben werdet, aber das Video ist noch nicht vorbei, denn wir wollen natürlich auch nochmal nicht auf den Monthly-Timeframe, sondern auf den Weekly-Timeframe gehen, denn ich finde eine Sache sehr, sehr interessant. Im Best-Case-Szenario kriegen wir am 18. den News, SEC approved den ETF und so weiter und so fort und wir sind sehr, sehr bullish. Im Best-Case halten wir jetzt diese Wochenkerze über den 60.000 Dollar, eine sehr bullische Wochenkerze, was dann natürlich bedeuten würde, dass ich tatsächlich damit rechne, dass wir vielleicht noch in der nächsten Woche die fette 11-Jahres-Widerstandslinie antesten, die aus irgendeinem Grund ein bisschen verschoben ist hier an der Stelle. Ich könnte davon ausgehen, dass wir die fette rote 11-Jahres-Widerstandslinie tatsächlich erneut auf dem Weekly-Timeframe antesten und das wird dann natürlich sehr, sehr interessant, denn wir formen hier mehr oder weniger dieses gigantische Cup-and-Handle-Pattern, selbst auf dem Weekly-Timeframe und das wurde bereits nach oben ausgebrochen. Das Price-Target von diesem Cup-and-Handle-Pattern, ich hatte es euch schon gesagt, liegt bei ganzen 76.000 Dollar. Das heißt, das Preisziel liegt tatsächlich über unserem 11-Jahres-Support und Widerstand. Wenn wir den diesmal brechen, Leute, dann müssen wir uns einfach auf ein massives Run-Up noch dieses Jahr gefasst machen, aber lasst uns jetzt erstmal abwarten, was bis zum 18. passiert. Auf den kleineren Timeframes habe ich ja euch eben schon gesagt, welche Preislevel ihr im Auge behalten solltet und natürlich, wenn wir diese wichtigen Preislevel von 60, vor allem 59.000 Dollar, wenn wir die 59.000 Dollar mit einer 4-Stunden-Kerze nach unten durchbrechen, denke ich, werde ich auch erneut Profite von meinen Trades nehmen, auch wenn ich jetzt heute alleine bereits knapp 200.000 Dollar aus diesen Trades rausgenommen habe. Ich möchte einfach dafür sorgen, dass wir jetzt nach so einem massiven Run-Up auch einfach mal Profite realisieren und nicht alles laufen lassen in den Trades, vor allem, wenn einfach das Risiko mit der SEC besteht, dass dieser ETF eben, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass das eben nicht approved wird. So oder so, Leute, teilt das Video jetzt mit euren Freunden. Jeder muss dieses Video innerhalb der nächsten 24 Stunden sehen, damit niemand von dieser möglichen Neuigkeit komplett zerstört wird, weil er denkt, dass dieser ETF schon approved wird und jetzt massive Long-Positionen hat und dann komplett gerackt wird. Passt bitte auf, hört immer ganz genau zu, glaubt nicht alles, was jeder sagt, lest euch die Sachen selber durch und solange ihr noch kein offizielles Statement von der SEC gesehen habt, die bestätigt und wie gesagt, das wird erst am 18. stattfinden, es kann jetzt noch keine offizielle Bestätigung geben, dann wartet lieber, bevor ihr tatsächlich ein massives Sell-Event seht, ja, buy the news, sell, sell the event. Nicht, dass ihr da einfach irgendwie dann liquidiert werdet oder Short-Longs offen habt, die ihr normalerweise gar nicht offen hättet. Trotzdem, Leute, ich bin sehr zuversichtlich, ich persönlich bleibe weiterhin Bullish. Ich muss nur persönlich sagen, ich habe jetzt dadurch, dass ich so massive Long-Positionen habe, die in sehr guten Profiten sind, einfach nur die Entscheidung geschlossen, einen kleinen Hedge zu haben, ein bisschen von meinen Trading-Bitcoin abzuverkaufen, dass ich eben wenigstens diese dann billiger zurückkaufen kann und nicht mit meinem gesamten Trading-Geld jetzt gerade gegen die Long-Seite exposed bin, nachdem wir so ein massives Run-Up gesehen haben und nachdem wir eben die Möglichkeit haben, hier eine Rejection zu sehen. So oder so, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal die 2.000 Daumen nach oben knacken, schreibt mir einen Kommentar mit der Romanung zu diesem Video in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.